herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft ja das war's tschüss nein bei mir ist gerade jemand eingebrochen oder ich wer bist du ja und er hat gedroht mich umzubringen wenn ich wenn ich jetzt nicht eine minecraft folge mit dem aufnehmen ist es nicht großes haus ja sag ich doch ich müsste die späche neuer achten nein müssen wir nicht können wir machen das ist folge 11 ich bin nicht immer so auf dem ständigen ja gute nacht ja also man legt sich ins bett rein ich sag's mit rechtsklick mit rechtsklicken und wenn es in der nacht legt man sich da rein und wenn es dann am nächsten morgen ist dann stehst du wieder auf das ist ja das ist der ganze trick der sache ich habe gehört alle eure minecraft let's play sind scheiße vor allen dingen adventure map steves little adventure die hat ja kein klick ist im geburt ne die ist total kacke ich frage mich sowas überhaupt bauen würde wer guckt sowas überhaupt an muss die hühnerfarm größer machen weiter er ja jahre legen ja er hat drin liegen jetzt dafür eric'm und bist du ein no-prost ich bin ich check das hühnchen weg die chatbot man wo vorweg geschuldet und dann gehst du bis ich weiß ich habe genug zu essen beim nicht dabei nicht dabei ja das war profi aber absicht ich bin immer Profi. Das war total laps. Ich mache noch Sportfest. Na, fest würde ich es nicht nennen. Sportgefährer. Wahrscheinlich. Na du Arsch. Alter, das sieht schon so scheiße aus, ey. Ey, das Hühnchen ist trendy. Das ist total trendy-wendy, ey. Du bist auch schon Level 10. Du hast Zeit für Verzauberungsdienste. Du musst auf Erkundungsdienste gehen. In eine Höhle. Muss ich? Jo. Ja, war ich aber erst. Du musst aber noch Eisen finden, dann musst du noch Dias finden. Dann holst du erst mal Obsidien. Also Eisen habe ich schon da unten, siehst du? Dann holst du jetzt Dias. Dias. Ach ja, und übrigens, ich habe mein Skin auch wieder geändert. Wie kannst du eigentlich sehen, wie lange deine Folgekraft ist? Äh, da. Da steht eine Uhr. Wir haben 28 angefangen. Das heißt, die Folgekraft geht jetzt drei Minuten. Oh, so lang? Hm. Aha. Was war die, ach ja. Hier siehst du, meine, meine gewaltige Essensvorräte. Oh, okay. Ja, sag ich doch. Das mach halt nicht Sinn, weil... Doch was? Was hast du gerade umsonst gebraucht? Deine Mutter hat das Krumm zum Stoff gebraucht. Warum mache ich das eigentlich so? Warum mache ich nicht so? Das ist einfach. Babo. Das ist eine gute Erinnerung. Finde ich auch gut. War Spaß jetzt. Das hier, das ist, das wird, das wird, äh, fast Dürümhaus, wird Kellerabteil. Das ist Dürümhaus. Dürümhaus. Dürümhaus, ja. Oh, okay. Höhe 266. Du kannst auch etwas ranrutschen. Höhe 67. Höhe 67. Höhe 67. Höhe 67. Du musst ja, du musst es eigentlich nicht mehr zuhören. Oh. 63. Zum Ersten. Oh, 67. Oh. Nur 67. Zum Zweiten. Oh. 66. Und wieder 67. Zum Ersten. Zweiten. Und dritten. Oh, 68. Und meine 60. 68. 67. Okay, ich glaube, das reicht jetzt auch. Oh ja, das war schon viel zu viel. Ich glaube. Fast schon ein bisschen. Fast schon ein bisschen. Wie tief soll das noch werden? Äh, ich habe geplant bis ganz nach unten. Also Höhe 0. Na, so tief geht's nicht. Nicht? Ja, Höhe 4. Ja. Ich komme mir nicht durch den Bedrock durch. Och, beginn wird gestern schon. Du cheatest ja doch auch die ganze Zeit, was mir vorhin gesagt wird, wenn du nicht gerade aufnimmst, hast du dir zwei Spiele heute wieder zu den Eischen gecheatet. Pfff. Das sollte ein Geheimnis bleiben. Oh. Wer hat nichts gehört? Nicht gehört. Kannst du mal wieder auf E gehen? Auf E? Nach einer. Da hat ja was gewesen. Soll ich das sagen, was da ist? Nicht. Oh. Da war nichts. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Ich habe nur ein leeres Inventar gesehen. Ja, wahrscheinlich. Da war alle leer. Hm. Deine Sachen sind aber auch schon wieder fast im Arsch, oder? Deine Mutter ist fast im Arsch. Halt die Fresse. Nein. Ich gehe jetzt wieder hoch. Ach ja. Na? Die Folge geht schon in fünf Minuten. Krass, Mann. Wir sind im Internet. Wir sind im Internet? Nein, nein, nein. Oh. Boah, nein. Du brauchst dir jetzt keine TNT-Pfeile. Das hatte ich auch nicht vor. Ich wollte hier nur eine Druckplatte hinlegen. Wo ist da auch so eine Verbindung hin, oder was? Eine Verbindung mit Müll. Machen wir auch so eine Druckplatte hin. Der ist nicht gedacht, wie du dir lieber. Naja. Ich werde nur wieder rauskommen, ohne dass ich ständig vergesse, die Tür zuzumachen. Das ist Erfahrungsfläschchen da oben. Erfahrungsfläschchen, wo denn? Das ist 10. 10? Das ist Spinnenauge. Das sieht mit dem Texturpeck nicht gut aus. Deine Mutter sieht mit dem Texturpeck nicht gut aus. Nein, das weiß ich nicht. Nein, ich auch nicht. Magst du Pilze pennen? Nein, ich will keine Pilze pennen. Was brauchst du noch zu Pilze? Ich hatte extreme Probleme. Ja, da habe ich Pilze pennen gebraucht. Jetzt brauche ich aber nicht mehr. Ach, komm, sei ruhig, ey. Ey, und weil du so... Brauche ich keine Werkbank. Ey, du bist so einer. Stimmt, ich hatte noch eine. Nee, wieso? Ich aufpasse. Du passt überhaupt nicht auf. Ja, das ist ja der Trick an der Sache. Ach so, jetzt verstehe ich. Höhle, sagst du? Höhle, ja. Dühlen. Dühlen. Vielleicht noch Köhle? Köhle, ja. Ich würde noch ein paar Fackeln machen. Nö, sehe ich nicht ein. Gar nicht viel Fackeln. Die reichen für drei Meter oder so. Und jetzt holst du aber Dias, ne? Ich hole jetzt fast Dias. Ach so. Ich glaube, ich habe nicht genug Essen mit für... Junge. Junge. Alter, da hat mir gerade wohl jemand ein SMS geschrieben. Oh, hast dich auch gerade so erschreckt. Du hast eigentlich den als SMS geschrieben. Den, weil es lustig ist. Ich könnte auch Seegürkchen drinne haben. Oh ja, Alter. Oh. Junges. Außerdem, falls da meine SMS kommt, kriege ich keinen Trouble mit der GEMA. Wenn ich... Statt wenn ich da nochmal ein Lied drinne hätte. Und Seegürkchen? Ja, nein. Aua, glaube ich auch nicht. Ja, nein. Ja, nein, Aua. Nimm den Goll. Das ist da liegen. Ich habe gerade massive Brot. Ja, halt die Mulle. Wenn der Kieter Mann... Ich habe schon gesehen. Boom, boom. Der hat Eisen kaputt gemacht. Ist das ein Troll? Ey, der hat diese scheiße Eisen kaputt gemacht? Das brauchst du nicht. Ich bin es überbewertet. Ja, denn ich sage es nicht schon wieder. Der hat sich überbewertet. Genau. Ja, müssen wir können die Arzt, Mann. Du solltest da... Ah, es ist offline ein paar Diabläge in den Sitzner. Ah, sorry, habe ich vergessen. Damit die Folge nicht so lebt wird. Oh, denn... Ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Ich versuche mich abzureißen. Abzureißen. Versuchen dich auch für 52. Ja, das machst du nicht. Was machst du, Mann? Ich bin deine Fackel. Alter, ich werde... Was hat denn mit SMS zugebombt? Soll ich mal holen? Nee, wir gucken nachher. Nachher ist doch die Polizei. Scheinbar keine SMS, oder? Nee, ich glaube... Woher sollten denn die Polizei meine Handnummer haben? Das ist alles. Ich schätze mal, der Stündel schreibt mir wieder. Gott. Hat er Probleme? Wahrscheinlich. Aufmerksamkeitsprobleme. Er ist auch da mal in die andere Richtung, Mann. Ja, ich wollte nur das Eisen habe. Na, das wusste ich doch. Ich wollte dich auf die Probe stellen. Ja, ich wollte schon sacken. Normalerweise bist du noch nicht so verpeilet. Mann, Mann, Mann. Na, aber mal wirklich. Du wirst hier mit, äh... Oh, schon in 9 Minuten. Oh, krass, Junge. Ho. Ja, ho. Wo ist Home hin? Das ist, äh, Duolk. Der hat heute halt gerade drunter gespringt. Ach, das... Ach, so. Supercreeper? Super. Ah. Na, Skeletor. Na, Creepator. Die wollen nicht umgehen. Ich glaube auch. Ich bin Profi. Stamm. Das auch. Ne, ich werde eigentlich nur von Enderman getötet. Oh, so. Ah, ja, und einmal von dem Skelett, weil ich mich vorher ein Enderman angegriffen hat. Deine Ausreden, Mann. Jo, Ausreden, Mann. Wo ist denn dieser Arsch? Der Arsch von dir? Ne, ich höre gerade Spinne. Ich auch. Ja. Mit einer imaginären Kopfhörer, gell? Ja. Wo ist denn die Arsch? Ich würde sagen, unter dir, Mann. Ah, du bist du... Nein. Nein. Da hinten, da hinten hab ich gesehen. Das ist Fledermaus. Das ist... Ey, Spinne, die als Fledermuske-Pallt ist. Ach so, ich verstehe. Ich mache mal Facke zusammen, oder? Ich meine eigentlich nicht. Guck, Eisen, oder? Und was habe ich Dungeon, oder? Das ist doch keine Dungeon. Das ist doch keine Dungeon. Das ist doch keine Dungeon. Ja, das ist doch keine Dungeon. Boah, krass, Mann. Eine Dungeon. Scheißen, Junge. Nee, jetzt ist Eisenschwerd kaputt. Wenn ich nicht dabei wäre, das jetzt nicht gefunden wird. Da jetzt 30 Stiers drinnen sind. So kann ich auch nicht. Ich werde es noch aufbauen. Sobald ich die gedurtelt habe. Nein. Nein. Das ist mir nicht mehr. Eine Gicht. Arsch, ich seh. Du machst nackt. Ja. Hau mit dem Brot. Alter, wie? Bestens wie wir gegenwäldig ab hier. Alter. Na, in der Truhe, was ist jetzt drinnen? Nicht. Wasseraffinität, Schlag, Sattel, Sattel. Wow, Kakaobohnen. Als ob ich nicht einen Dschungel neben mir hätte. So doch nicht, oder? Äh, Jul. Ich hab schon wieder M für Map gedrückt. Das hier ist Dschungel. Das hier ist Dschungel. Das ist kein Dschungel. Was mach ich? Das sieht nur so aus. Ach so. Und da gibt's auch... Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Fetzack. Äh. Hallo. Hallo, Freund. Hier wirst du heute auf jeden Fall auch die ausfinden. Obwohl wir schon 10 Minuten sind. Noch 15 Minuten. Lass doch, was ist denn ein Tots oder was? Hä? So 18 Minuten. Blub. 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 Also so zwischen 16 und 18 Minuten. Also malen wir heute mein Ziel. Boah, weil heute so ein schöner Tag ist, glaube ich. Wir machen heute 9. Wir machen heute 9. Boah. Aber meine Folge 4. Die hat, glaube ich, sogar 21. 20. Oh. Ich nehme das mal Eisen mit, oder? Ich würde dich sagen. Boah. Und ich glaube, ich muss erst mal essen. Oh. Ich gar nicht viele Pfeile. Nein, da lebt noch. Und weh. Nein. Warum denn? Kommst du darauf, dass es wehtun könnte? Nein. Ja. Blub. Blubi. 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 Dusch. Ach, Dusch. Und jemanden. In der Staubsorge. Wahrscheinlich. Oder jemand hat extrem Durchfall. Oh. Ja. Das wär. Auch ne Möglichkeit. Oder jemand lässt dich Badewasser ein. Äh. Warum nicht? Machst du ja auch immer, ne? Ich bat auch immer um 3 viertel neun. Abends. Auch außerdem dusche ich aber. Egal. Papa kauft neue. Wenn Papa kauft neue Dusche. Hey, wir haben schon nachts in Eisen. Das hast du nicht. Ich kann mich erinnern, hier oben war noch Eisen. Ähm. Oh ja, müde eh. Ja, ich auch. Nein, eigentlich nicht. Doch eigentlich schon. Aber vor allem. Ich kann mir auch nicht entscheiden, merkst du das? Oh ja. Ja. Aber vorhin war es schlimmer in der ersten Folge. Aber es war schon was aufgenommen? Ja, es war schon zwei Folgen aufgenommen. Bestimmt eh nicht. Doch. Guck mal. Sogar schon zusammengeschnitten. Ach ja? Ja. Und dann hast du einen Mensch sterben lassen. Mich? Naja, bei einem solchen Simulator. Ah, nein. Ich würde nicht Menschen sterben lassen. Ich bin Menschenfreund. Das ist bitte schön für den Block. Moosstein. Das ist ein Dungeon. Rate mal, was hier unten drin liegt. Ja, nur weil das Texture Pack nicht so deutlich ist. Du bist nicht so deutlich. Auch nicht, aber, ja. Es ist mein Lieber... Das ist mein Lieblings-Text-Jopec. Ah, nur ich kann das noch schlecht erkennen. Ah, sattest du mal eine Brille auf. Eine zweite. Die sich restauriert. Die Buddygyntyre. Das weiß ich auch nicht. Scheiße. Oh, bin ich aber traurig. Ey, anlegen. Ey, ich. Ich mach jetzt nicht mit. Ich sitze mich nicht auf deinem Niveau herab. Schade. Gibt's was zum Sonst? Ah, cool. Krass ist trinken. Boah, trinken. Trinken finde ich gut. Abgesehen, wenn ich es nicht gut finde. Weiß. Trinken. Muss man ja auch nicht. Alle, die sagen, man braucht zum Leben trinken, das ist falsch. Warum braucht man denn bitte trinken? Ey, da kommt Kohle. Das ist doch zu akrimidier. Das ist einfach, ey. Alle Leute, die trinken müssen, sind uncool. Einfach mal so die These aufgestellt. Also, trink natürlich nicht mehr. Nö. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich trink halt auch zum Sporting nicht, also. Das war eine Katze. So, er hat nichts gedrungen. Das war nur, ne? Das war seine Katze. Ey, Findus hat vorne mit Stress gemacht. Der hat ständig gemauzt, weil er raus wollte. Oh, bad ass. Ja, aber mal wirklich. Ey, wir machen in zwei Minuten ja einen Cut. Aber doch mal gucken, wer mir geschrieben hat. Oh, oh ja. Und ob er so einen Schrecken eingelagt hat. Oh ja. Hat er dir auch einen Schrecken eingelagt? Sag halt dann erstmal mit dem Schrecken, welchen Körperverletzungen. Ja. Also, wegen Kopfverletzungen. Oder. Stressverletzungen. Stressverletzungen passt. Ja, ja. Stressverletzungen. Alter, du findest hier nur Eis, aber okay. Scheißdias, weil wir nicht so schnöre sind. Braucht man nicht. In Minecraft sind die erst nicht wachlos. Das ist ja. Das braucht ihr Holz. Also, das ist, ne? Also, ich habe vor einen Diamanten. Ich habe vor einen Diamantenblockbaum. Äh, nicht Baum. Haus. Hol einfach wieder das. Ähm. Das. Ja, huge trees. Aber da brauche ich trotzdem erstmal vier Diamanten. Ach, da die. Äh, nicht vier Diamanten. Äh, zwölf Diamanten. Ich bin erlaubt, muss das zu holen. Boah, das wäre geil. Äh, das war, äh, ne? Oh, wir haben sich hier Diamantblöcke. Oh. Jetzt habe ich wieder alle gemaut, da hat der Diamantblöcke. Alter, stimmt, ich kann wieder kacken. Hat der Diamantblöcke geklaut? Du bist voll wie Diamantblöcke geklaut. Du bist voll der Cheater. Checkboard. Aue. Voll in den Anus, Junge. Das war voll in den Fuß. Ich muss mal betteln. Battle Royale. Ich steck da vorderrücken. Komm, wir erwischt den Creeper noch. Ja. Aue, jetzt hat er mich erwischt. Oh. Ich, ich glaube, ich kriege heute noch die Schallplatte. Ist er irgendwie noch da nicht? Nein, ich glaube nicht. Oder, und, was ist er für eine Schallplatte? Nein, weil man kriegt auch Schallplatten, wenn Skelette Creeper abschießen. Cool. Aber ich glaube, das wird nichts. Doch, lass doch noch mal. Nein, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das auch. Da gut. Hm? Ich habe gleich schon angefangen, das habe ich selbst nicht machen. Sollte ich bekämpfen, habe ich gesagt. Kämpft den und ich wollte mich lassen. Ja, tut mir leid. Aber ich würde sagen, es ist spät genug, oder? Äh, jo. Es ist immer schon 3 von 9, gehen wir jetzt ins Bett. Nicht zusammen, du drüben ins Gästezimmer. Oh, ja, noch eine halbe Stunde. Ich bleibe hier, ja. Jetzt eine halbe Stunde ins Bett und dann schlafen. Bis dann, neul. Tschüss.